Ohrmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Eloi! Hallo Leute, willkommen zu dem Pleasure Gaming Kanal von Donrykofjerefjertsk. Hallo. Vielen Dank für's Zuschauen. Das war's für heute. Wer hat diese Blumen erschaffen und warum? Wer hat diese Blumen erschaffen? 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.